Herzlich Willkommen hier bei Kampfgeist MMA. Wir hatten heute Nacht One Championship und dort hatten wir das Debüt von einem der besten MMA Free Agents der letzten Jahre und zwar Roberto Soldic, der im UFD Gym in Düsseldorf trainiert. Ganz kurz vorab, heute gibt es ab 18 Uhr Tyson Fury vs. Derek Chisora bei der Build. Das Ganze könnt ihr mit dem Link unten in der Videobeschreibung sehen. Damit könntet ihr mich supporten, falls ihr sagt, ihr habt Bock Tyson Fury zu gucken. Vielen Dank für euren Support und dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema. Ich hatte schon vor ein paar Jahren ein Video rausgebracht darüber, dass Soldic in meinen Augen einer der besten Fighter außerhalb der UFC ist. Jetzt ging er zu One Championship, er kam von KSW, ging zu One und bekam direkt einen richtigen Brocken vorgesetzt und zwar Murat Ramazanov. Ein Typ mit einem wirklich brachialen Wrestling. Also das muss ich schon One lassen. Was sie wirklich gut machen ist, ihr Matchmaking ist wirklich rücksichtslos. Das ist wirklich knallhart. Und da kämpft ein Top-Fighter wie Roberto Soldic einfach gegen einen anderen super Top-Fighter wie Murat Ramazanov. Das ist wirklich gut gemacht von One, muss man schon dazu sagen. Und dementsprechend haben wir uns auch auf diesen Fight gefreut. Ich habe mir den Kampf in voller Länge angeschaut und das war auch eigentlich nicht wirklich schwierig, denn dieser Fight ging nur zwei Minuten und endete tatsächlich in einem No-Contest. Was genau ist passiert? Murat Ramazanov hat ein Knie gehauen und zwar mitten in die, auf gut Deutsch, Eier von Roberto Soldic. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr das im Baseball, wenn ihr so einen Home Run macht? Das heißt, ihr knallt im Baseball so richtig hart auf den Ball. Genau so hat sich dieser Low Blow, also genau so hat sich dieses Knie angehört. Bloß, dass kein Ball, also kein Sportball in dem Fall getroffen worden ist, sondern zwei ganz andere Bälle. Und das ist wirklich einer der bösesten Sounds überhaupt. Wenn ihr hört, ihr könnt einfach bei Twitter schauen, auf dem Channel von One Championship oder guckt in meine Insta-Story. Ich habe das ebenfalls in meine Insta-Story gepostet. Ihr könnt mir auch gerne auf Insta folgen. Das hört sich wirklich fies an. Einfach weil das Knie mit einer so brachialen Wucht auf diesen Eierschutz knallt, dass dann der Eierschutz, ehrlich gesagt, auch nicht mehr viel bringt. Da ist wirklich, da ist halt Power dahinter. Das sind Kämpfer, das sind ja keine, ne, ihr wisst schon. Dementsprechend endete der Kampf tatsächlich nach zwei Minuten, was natürlich super schade ist. Trotzdem denke ich, dass Roberto Soldic weiter bei One zeigen wird, wie gut er ist. Und vielleicht gibt es ja auch ein Rematch. Einfach aus dem Grund, dass das Ganze unglücklich in einem No-Contest geendet ist. Trotzdem gibt es ein paar gute Dinge in meinen Augen. Wie gesagt, das Matchmaking ist geil. Ich finde es interessant, dass Roberto Soldic zu One gegangen ist und nicht zu UFC. Ich hoffe, One sorgt dafür, dass man sie ein bisschen einfacher schauen kann in Deutschland. 15 Euro für ein Event ist in meinen Augen einfach zu viel. In den USA gibt es ja One bei Amazon Prime. Wieso gibt es das denn nicht hier? Hier haben so viele Leute Amazon Prime. Wieso gibt es das nicht einfach auch hier? Wieso muss ich 15 Euro bezahlen? Schade, ne? Weil ich habe auch das Gefühl, dass One könnte auch schon für deutsche Fans, vor allem dadurch, dass Roberto Soldic eben dort kämpft, attraktiver sein. Ich denke nicht, dass One besser ist als die UFC. Man liest immer mal wieder Kommentare und sagt, One, das sind in Wahrheit die Besten und viel besser als die UFC. Das jetzt nicht unbedingt. Aber ich würde schon tatsächlich One über Bellator und auch über die PFL stellen. Aber hoffen wir erstmal, dass es Roberto Soldic besser geht nach dieser unglücklichen... Es war ja keine Niederlage. Es ist ein No-Contest. Herb Dean war der Referee. Herb Dean kennt ihr. Und dadurch, ja, durch einen Eierschlag nach zwei Minuten in der ersten Runde ist der Kampf vorüber. Ein richtig fieser Eierschlag. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Was meint ihr? Habt ihr euch auf das Debüt von Roberto Soldic gefreut? Schreibt eure Meinung unten rein. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und damit bis zum nächsten Mal.